Ich heiße Martin Friedrich und leite hier die Abteilung Berufliche Bildung. Unser Team leitet und organisiert auch die Prüfungen und wir wünschen für die bevorstehenden Prüfungen alles, alles Gute. Wir haben uns vorbereitet auf Sie, wir haben alles hergerichtet, also kommen Sie zu uns, legen Sie eine gute Prüfung hin und dann drücken wir ganz fest die Daumen. Liebe Auszubildenden, mein Name ist Fabian Müller, ich sitze hier im Service Center der IHK Region Stuttgart und wünsche euch viel Erfolg. Hallo liebe Frühlinge, mein Name ist Hinam Össerdem, ich betrei hier die kaufmännische Abschlussprüfung. Ich wünsche euch viel Glück für die Prüfung, das schafft ihr schon. Mein Name ist Dagmar Züdland, ich bin Prüfungssachbearbeiterin für die Berufsbilder Verkäuferinnen und Verkäufer bzw. Kaufmann, Kauffrau im Einzelhandel. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die kommende Sommerprüfung. Mein Name ist Karin Finkbeiner, ich bin zuständig für den Bereich Koordination Prüfungswesen und die Statistik in der Ausbildung. Ich wünsche euch allen für die Abschlussprüfung viel Glück und Erfolg. Mein Name ist Alexandra Lormann, ich bin Ausbildungsberaterin bei der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart und betreue die Berufe aus dem Hotel und Gaststättengewerbe und die Tierpfleger. Die Prüfungszeit naht, die Prüfungsanspannung naht sicherlich auch und wir, die Ausbildungsberater der Kammer Stuttgart, wünschen allen Auszubildenden für die Prüfung viel Erfolg, gutes Gelingen, gute Noten und wir freuen uns auf gute Ergebnisse, die wir dann an alle Auszubildenden weiterreichen können. Hallo liebe Azubis, mein Name ist Aaron Sarekaja vom Projekt Azubi gesucht. Meine Aufgabe ist es, Firmen dabei zu unterstützen, deren Lehrstellen mit passgenauen Bewerbungen zu besetzen und für eure bevorstehende Prüfung wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg. Mein Name ist Andrea Bosch, ich bin stellvertretende Geschäftsführerin in der Abteilung Beruf und Qualifikation. In den kommenden Tagen beginnen für rund 8000 Auszubildende ihre Abschlussprüfungen in IHK-Berufen in der Region Stuttgart. Für diese letzte Etappe in ihrer Ausbildung wünsche ich Ihnen viel Erfolg und tolle Prüfungsergebnisse. Ich freue mich, wenn wir möglichst viele von Ihnen mit einem Preis oder einer Belobigung ausbreiten würden. ppy-Body-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel. Sehr gescheidend ist es, wir versuchen zu leisten, die, die wir uns viel zu verändern. Aber Thorne und klar sagen, es hat sich zu den Tag des Schla02-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel-Jubel. Vielen Dank.